Hallo Fans, Joe Bellingham wechselt zum BVB. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Joe Bellingham möchte nach einer Saison beim zweitligisten Sunderland unbedingt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Laut dem Journalisten Fabrizio Romano verhandelt der Premier League-Club Crystal Palace über die Verpflichtung des 18-jährigen Spielers. Auch andere Vereine, etwa der Rivale Brentford, sind noch im Rennen. Das Portal Football Insider berichtete kürzlich, dass Borussia Dortmund auch am jüngeren Bruder des ehemaligen Spielers Jude Bellingham, 20 Real Madrid, interessiert sei. Allerdings scheint der Weg für den BVB derzeit nicht konkret zu sein. Bellingham wechselte erst im vergangenen Sommer von Birmingham City nach Sunderland. Der vielseitige Stürmer hat 47 Pflichtspiele für die Blackcats bestritten, sieben Tore und ein Assist. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.